Get up, stand up, stand up for your ride. Moin! Leute kommen in unseren Shop und sagen, ich brauche ein SUP. Schön, dass sie es brauchen. Und ich frage dann, was braucht ihr denn? Ich denke bei SUP natürlich an ein normales Brett. Ja, aufblasbar. Warum, frage ich. Transport. Dann sage ich, super. Ihr habt alle Vorteile von einem iSUP jetzt aufgezählt. Aber wo ist das Problem? Dachgepäckträger, kleines Auto. Unterschiedliche Gründe oft. Leute aus der Stadt sagen, ja, ich muss damit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Spot kommen. Oder ich fahre one way und fahre mit Öffentlichen zurück. Und das sollte möglichst klein sein. 300 Meter von hier ist ein Yachthafen. Da haben wir ganz spezielle Kunden. Weil auf Booten ist nicht viel Platz. Und die kommen oft rein und vermessen sogar die Taschen. Wie groß ist es, welche Luke passt es. Ein dreiteiliges Paddel kann schon manchmal ein Problem sein. Weil es sind nicht nur die Leute mit 15 Meter Yachten, die kommen. Nein, das sind 6, 7, 8, 9, 10 Meter Boote. Und da ist Platz eng. Und für diese Kunden, die wirklich ein kleines Packmaß brauchen, hat Red Paddel für dieses Jahr wirklich ein gigantisches Board auf den Markt gebracht. Was an Packmaßen bisher da sind, ist fast halbiert worden. Und das, obwohl da die Pumpe drin ist, obwohl da ein 5-teiliges Carbon Paddel da mit dabei ist. Und dieses Board gewohnte, sogar mehr als gewohnte Red Paddel Qualität, das möchte ich euch vorstellen. Weil es ist einfach, wenn das Päckchen kommt, es ist ein Päckchen, faszinierend. Dass da jetzt ein komplettes ISUP drin sein soll. Sowohl vom Gewicht her, als auch von der Größe der Kiste. Ich zeige es euch. So, damit ich nicht die ganze Zeit gebückt stehen muss, habe ich mich mal hingesetzt, weil so kommt es an. Zum Vergleich, das ist eine normale Red Paddel Verpackung. Sehr hochwertiges Bag. Das Ganze in klein haben wir hier. Keine Rollen, wofür auch. Tragegurte, die auch hier Sinn machen. Und das Ganze mit einem Gewicht, ich denke, mit Pumpe zusammen, vielleicht 11, 12 Kilo. Wie ihr seht, ist gerade mal so kniehoch, das ganze Päckchen. Wer jetzt noch irgendwelche Packprobleme hat, der kriegt auch seinen Koffer nicht mehr unter seine Tasche nicht mehr. Fast schon Fluggepäck oder Handgepäck tauglich für den Flugverkehr. Ich würde es nicht machen, aber na gut. Die Größe ist einfach gigantisch. Kleiner geht es nicht mehr. Hier ist jetzt noch das Originalverpackte-Bread drin, das ich jetzt gleich mal auspacken werde. Ich bin selber gespannt, wie viel Müll dabei wieder rumkommt. Ich habe noch nicht reingeschaut. Aber die Größe ist wirklich schon mal super. So, jetzt holen wir das ganze Ding mal raus. Weil ihr wollt ja nicht nur die Tasche sehen. Ich wollte euch nur zeigen, das ist wirklich ein gesamtes SUP, ISUP mit Paddel und Pumpe. Titanpumpe. Ja, das hat mich jetzt positiv gefreut. Und im Vergleich zum letzten Jahr eindeutig viel weniger Kunststoffmüll. Es ist nur eine Tüte Kunststoff nochmal für die Leash, die dabei ist. Löblich-lötlich und kein Billigteil. Und für die Titanpumpe nochmal ein bisschen Plastik. Aber ansonsten, diesmal, gelernt ist gelernt. Wahrscheinlich hat Starboard ja wirklich gute Arbeit schon mal geleistet. Und das wird hauptsächlich mit Papier eingepackt. Das ist das gute Teil. Ihr habt gesehen, es wird in der Mitte einmal gefaltet. Das führt dazu, dass das Deckpad natürlich an der Stelle geteilt sein muss. Weil das würde die Faltung ansonsten nicht überlegen. Das Ventil ist asymmetrisch angebracht. Logischerweise auch hier. Weil es darf genauso wenig wie der D-Ring für das Anbringen der Leash da sein, wo gefaltet werden muss. Dieser Bereich ist also freizuhalten. Ein bisschen die Aufkleber, damit nichts abfärbt. Abgeklebt, auch hier mit Pappe und mit Krepp. Auch wenig Kunststoff. Also da hat Red Paddle schon einiges gelernt. Ventil alles asymmetrisch. Unten zwei Findenkästen. Auch hier natürlich kein Mittelfindenkasten, weil nicht geklebt werden kann. Ein Schraubsystem, das FCS-Findensystem sehr ähnlich ist. Anders geht es nicht. Übrigens das ganze Brett um die Pumpe gewickelt. Das ist jetzt nicht spezifisch für dieses Brett. Sondern Red Paddle sagt das schon seit einiger Zeit. Bitte das Brett um die Pumpe wickeln. Das kleine Nebeneffekt. Es gibt keine Knicke. Und es ist leichter in der Tasche zu verstauen. Und das gilt nicht nur für Red Paddle. Wir sagen allen Kunden, bitte wickelt es um die Pumpe auf. Erstens ist die Pumpe geschützt. Zweitens gibt es keine Knicke im Brett. Das ist egal, ob das ein Starboard ist, ob es ein Gun-SUP ist. Ob es ein STX-SUP ist. Es ist mir absolut egal. Es ist super praktisch, das Board um die Pumpe zu wickeln. Weil es innen die engen Radien vermeidet beim Wickeln. Und dadurch das Brett geschont wird. Und es ist super einfach zu verpacken. So, jetzt kommt meine Lieblingsaufgabe. Pumpen. Ich habe zwar oben einen Kompressor. Aber mich interessiert natürlich, wie weit komme ich mit einer Titanpumpe. Auf Wiedersehen. so wie ihr gesehen habt es ging erstaunlich schnell gestoppt zwei minuten 35 zwei kleine pausen dazwischen aber es sind 18 psi das brett ist 9 6 hat eine 32er breite 220 liter volumen also alles komplett und es hat eine dicke von 47 dem right 98 sehr ähnlich und wenn ihr das video gesehen habt der right hat mich als einer der wenigen ist es wirklich sehr sehr überzeugt weil er sehr angenehm zu fahren ist von der steifigkeit mehr als gut zumal es eben durch die länge gar nicht solche extremen hebel hat sich groß durchzubiegen oben und unten jeweils stringer auf laminiert das heißt dass ein sehr zugfestes gewebe was nicht an der oberseite wirkt wenn es drauf steht sondern auf der unterseite würden dann die stringer die verhindern wenn es sich durch bietet müsste er praktisch das material gedehnt werden das lässt es nicht zu und verhindert dadurch das ganze durchbiegen oder reduziertes sehr großzügiges gepäcknetz wie gesagt alles asymmetrisch angeordnet inklusive des griffs das stört alles nicht weiter wenn man bedenkt dass es ja alles zugunsten des packmaßes sein soll vom gewicht her hammer ehrlich hammer ich habe immer bisher gesagt das leichteste brett bei uns im laden ist ein sup und das schwerste ist ein sup das hat bis gerade gestimmt weil dieses brett ist sehr sehr leicht und ich muss mal wirklich genau auswiegen gegen unsere carbon boards aber ich glaube na gut jetzt sind das 14 fußbretter aber das brett wird wirklich sehr deutlich zehn kilo minus sein genaues gewicht wie gesagt muss ich noch ermitteln hervorragendes material alles natürlich sup mäßig in der oberfläche etwas rauer man sieht förmlich dass es ein anderes laminat verfahren ein bisschen ist als die normalen red paddles aber dadurch das brett noch mal so leicht zu kriegen und auf diese packmaße fantastisch 9 8 ist jetzt nicht das maß um ein touren board zu bauen das muss man ganz ehrlich sagen aber ich habe gesagt es geht hierbei auch hauptsächlich um leute die ja ein bisschen cruisen wollen und so weiter das geht hiermit hervorragend red paddles gibt das board an mit maximalen fahrergewicht von 95 kilo dem schließe ich mich jetzt ziemlich ehrlich an vom volumen her reicht es eh da sagen wir ja immer dass zwei bis zweieinhalbfach am volumen sollte da sein von der steifigkeit bei der länge bin ich auch eindeutig dabei 90 95 kilo ist das maximale fahrergewicht fahrergewicht nicht die das maximale traglast des bretts also wenn dann vorne noch ein hund drauf sitzen mit 20 kilo dadurch verteilt sich die ganze masse oder das ganze gewicht wieder und die belastung auf dem brett ist das durchaus möglich worauf red paddles hier logischerweise auch wegen des packmaß verzichtet ist das rss system weil die latten wären ungefähr meter lang und die passen natürlich nicht mehr in die tasche so brett würde ich sagen fantastisch kommen wir noch ein wenig zu dem zubehör ich habe gesagt hier in der tasche befindet sich und es gehört mit dazu befindet sich auch noch ein fünfteiliges paddel leider auch wieder ein bisschen plastikmüll aber beim blatt lasse ich das immer gelten obwohl auch da andere hersteller schon bewiesen haben dass es besser geht wie ihr seht die verbindungsstücke bei dem stecksystem sind leicht angekauft zweite teil dritte teil vierte teil und das ganze mit dem sogenannten lever lock system kein kam lock das lever lock ist an sich ein sehr komfortabel zu verstellendes system man öffnet oben das teil hier entspannt sich das gummi wenn man das runter klappt sitzt das gummi fest hat den vorteil es dichtet das paddel an der stelle ab dieses paddel hat noch nylon blatt hat noch ein besonderes schmanke denn man muss nicht alle fünf teile zusammenstecken die fünf teile braucht natürlich ein normaler paddler ohne probleme falsches teil erwischt beim zusammenstecken darauf achten dass das gerade ist oben ist das endstück dadurch dass das angeschrägt ist sehr verbindungssteif ein bisschen blattlastig vom gewicht fertig ist das gute stück oben rein natürlich öffnen das kann doch system und fertig ist es guter verstellbereich ich würde sagen maximale fahrer größe für das paddel liegt so bei 195 da das brett sehr dünn ist aber ich würde sagen 195 was ist nun das besondere schmankel an diesem fünfteiligen paddel das ist ein kinder paddel inklusive jetzt kann man darüber reden kinder paddel und carbon aber ich nehme einfach mal dieses teil raus dieses auch weil die sind alle zueinander kompatibel und ich könnte es wie ihr seht sogar noch ein teil rausnehmen und habe jetzt ein kinder bis jugend paddel super idee ich bin nicht der freund von möglichst vielen teilen im paddel hier aber eingedenkter tatsache nochmal es geht ums packmaß und mit dem feature man kann es auch eben deutlich verkürzen und ein kinder und jugend paddel raus machen finde ich die idee sehr gut paddel titan pumpe reparatur zeug zwei finnen und natürlich wie immer bei red paddel die wasserdichte handytasche gehören dazu das ganze mit einer sehr hochwertigen tasche preis nicht so dass man sagen könnte ja wir stehen haben hier ein bord das in konkurrenz steht zu einem billig hersteller aber in dem bord steckt eine menge entwicklungsarbeit und stecken nur hochwertige materialien das muss man sieht man wirklich auf den ersten blick selbst das bungee ist es wirklich straff dick robust muss ich ganz ehrlich sagen der preis natürlich 13 plus ist da natürlich eine hausnummer aber wer das problem hat wirklich ein kleines packmaß zu brauchen und trotzdem ein solides hochwertiges bord haben zu wollen ist hier an der stelle absolut korrekt aufgehoben von den fahreigenschaften kann ich nicht sagen wie ihr gesehen habt ich habe es gerade das erste mal überhaupt ausgepackt von der formgebung her würde ich sagen es liegt verdammt richtig dran an dem right 98 den bin ich allerdings schon gefahren das video findet ihr auf unserem youtube kanal oder auch auf unserer website ist also da einiges schon erklärt zu der formgebung ich würde es einschätzen wie gesagt also wunderschönen cruiser von dem was ich jetzt gesehen habe besonders leichtere personen werden ihren spaß drauf haben was bestimmt auch damit sehr gut geht ist ein bisschen tricks und step back turns zu fahren geht auf dem 4 7er board per se immer besser als auf dem 6 inch sport und zum material jedem zweifel erhaben ich bin vom gewicht her begeistert vom packmaß stoked auch das red pedal gelernt hat weniger kunststoffmüll zu produzieren als in den letzten saison finde ich hervorragend mein erster eindruck ja tolles brett hoher preis aber wenn man bedenkt fünfteiliges carbon paddel mit nylon blatt übrigens auch schon mehr tropfen für mich unten nicht mehr so breit muss ich sagen gerechtfertigt nicht das bord für jedermann weil nicht jedermann braucht das packmaß da gibt es dann mit dem ride einfachere systeme der ride 98 ist dort vom preis her deutlich runter man kann dort dann eben auch ein einfaches paddel nehmen aber so einfach wirklich ja ich könnte mir nicht vorstellen ob es mich begeistert oder nicht ich sag mal für die leute die auf die größe und aufs gewicht achten müssen fantastisch red pedal good job weiter so und für euch viel spaß auf dem wasser sehr high vom summat gl還有 und 把 purl 快 sagen Vielen Dank.